Beatrice Egli, keine Pause in Sicht, ist sie ein Workaholic? Beatrice Egli ist bekannt für ihre gute Laune und positive Energie. Gerade erst hat sie ihre volles Risiko-Tour beendet, doch statt einer Auszeit verkündet die Sängerin jetzt die nächsten Open-Air-Konzerte. Emotional hat Beatrice Egli erst vor wenigen Tagen ihre volles Risiko-Tour 2024 beendet. Eine schöne, aber sicherlich auch stressige Zeit, schließlich ist die Sängerin quer durch Deutschland gefahren und hat ihre Tour sogar für ihre Arbeit als DSDS-Jurorin kurzzeitig unterbrochen. Nach so einer intensiven Zeit würden sich viele Menschen erstmal eine wohlverdiente Pause gönnen. Doch nicht Beatrice Egli. Beatrice Egli, ich freue mich total auf die anstehenden Open-Air-Konzerte. Der Schlager-Star kündigt nämlich jetzt schon die nächsten Termine für ihre Open-Air-Tour auf Instagram an. Und diese starten schon in drei Wochen. Ich freue mich total auf die anstehenden Open-Air-Konzerte, schreibt Beatrice Egli dazu in einem Instagram-Beitrag. Doch anstatt sich wenigstens zwischen ihren Touren eine kleine Auszeit zu gönnen, zeigt sich die Sängerin in ihren Instagram-Stories bei Fotoshootings oder macht Werbung für Produkte. Beatrice Egli, keine Zeit zur Ruhe zu kommen. Zeit für einen Urlaub oder einen Familienbesuch in der Schweiz plant Beatrice Egli anscheinend gerade nicht ein. Oder arbeitet sie etwa aus dem Urlaub heraus? Eine Frage, die auch ihre Fans beschäftigen dürfte. Schon in der Vergangenheit machten sich diese Sorgen um den Schlager-Star. Denn neben ihren Konzerten hat Beatrice Egli auch noch ihre Beatrice Egli-Show, ihren eigenen Podcast Egli-Extrem, ihr neues Album Alles in Balance, leise veröffentlicht und ihren Job als Jurorin bei Deutschland sucht den Superstar. Ein Arbeitspensum, das langfristig an die Substanz gehen könnte. Wie gut, dass Beatrice Egli zu Beginn des Jahres verriet, dass sie sich im kommenden Winter etwas Ruhe gönnen möchte. Bleibt abzuwarten, ob die Sängerin sich dann wirklich eine Pause nimmt. Wie gut, dass die Sängerin sich dann wirklich eine Pause nimmt.